Der MyMonk-Podcast mit Tim Schlenzig. Hi, schön, dass du da bist. Vielleicht hast du schon ein bisschen drüber nachgedacht, was 2024 passieren soll für dich. Oder dran gedacht, dass du vielleicht bald mal drüber nachdenken willst. Jedenfalls passiert am Jahresende, vor einem neuen Jahr, oft was sehr Interessantes. Und das passiert im Großen, vor einem neuen Jahr und im Kleinen an einzelnen Tagen. Manche Menschen sagen ja, sie seien das Scherzhaft, sie seien ein dünner Mensch im Körper eines Dicken. Bei mir ist es eher andersrum. Ich bin irgendwie ein dicker Mensch im Körper eines Dünnen. Stichwort inneres Bauchfett, Skinnyfett. Und deswegen nehme ich mir immer wieder mal vor, weniger Süßigkeiten zu essen. Aber aus irgendwelchen Gründen hat dann zum Beispiel so ein Domino-Stein, so ein Schoko-Domino-Stein vermeintlich mehr Willenskraft als ich. Und dann esse ich einen. Und mit einen meine ich 15. Und dann denke ich mir, ach, jetzt ist auch schon egal. Ich schon zu spät, heute jetzt alles, egal, scheiß drauf. Esse ich auch als Nachtisch gleich noch die Pizza mit Pommesbelag. Das gibt es übrigens wirklich. Also Pommes auf einer Pizza und dann alles mit Käse überbacken. Und so ist es mit vielen unserer Ziele. Wir denken, ach komm, sei ich schon zu spät heute, sei ich schon zu spät in diesem Jahr, sei es schon November oder Dezember. Fuck it, nächstes Jahr reicht ja auch noch. Und dann passiert es, dass wir unsere Ziele aufheben, aufschieben, weil es jetzt angeblich schon zu spät ist. Aber das passiert natürlich alles nur in unserem Kopf. Und ich glaube, immer mehr, das habe ich so die letzten zwei Jahre, glaube ich, versucht, so zu machen, dass der beste Start ins neue Jahr ist, vorher schon gestartet zu sein. Und damit meine ich nicht, dass wir uns schon jetzt total aufarbeiten, dass wir dann am 1.1. im Burnout sind und Weihnachten durchhasseln und den Weihnachtsmann aus der Tür schieben, damit wir weiter über den Schreibtisch gebeugt ackern können an irgendwas. Sondern ich meine, damit, dass wir uns schon jetzt anfangen können, uns mit kleinen, idealerweise täglichen Schritten auf den Weg zu machen, sodass schon eine gewisse Routine entsteht, vielleicht erste kleine Erfolge näher rücken, Momentum aufgebaut wird. Und wir dann am 1.1. nicht darauf angewiesen sind, dass plötzlich irgendwer eine Motivation kommt, die uns dann das ganze Jahr trägt, sondern wir wissen, ah, okay, jetzt ist das neue Jahr und ich habe schon angefangen. Das kann richtig cool werden. Bei mir gibt es jetzt so verschiedene Ziele fürs nächste Jahr. Aber ein Ziel ist auf jeden Fall, regelmäßiger Inhalte zu machen. Es gibt einfach Phasen da, schaffe ich das kaum, Inhalte zu machen für einen Podcast oder für Instagram. Das hat dann meistens Gründe, weil ich irgendwie andere Sachen tue, zum Beispiel an irgendeinem Produkt arbeiten oder sehr viel mit Mentoring beschäftigt bin oder sowas. Und es ist auch sozusagen an sich okay, ich verurteile mich nicht dafür, aber es ist nicht sehr praktisch, weil ich dann an dieser Stelle immer wieder total rauskomme und oft sozusagen bei Null anfange, innerlich, und mich echt wieder aufbauen muss und sagen, okay, jetzt mache ich wieder Videos. Das ist schon sehr viel natürlicher geworden für mich, als es vor zwei Jahren war, als ich angefangen habe oder anderthalb, keine Ahnung. Aber nach einer Pause ist es trotzdem wieder schwierig. Und vor allem ist es auch für die Menschen blöd, die sich gern dran gewöhnen wollen, dass regelmäßig Sachen von mir kommen. Also Ziel, und das ist jetzt nicht das erste Mal, regelmäßiger neue Inhalte machen, Sachen schreiben, veröffentlichen. Wobei bei mir eher das Veröffentlichen das Problem ist, gar nicht mal so sehr das Schreiben. Jetzt so seit anderthalb Jahren oder so bin ich sehr regelmäßig kreativ, aber manches davon nur für mich oder erst mal nur für mich und so. Deswegen kommt da in der Welt manchmal viel zu lange nichts an. Und statt mir jetzt zu sagen, okay, 2024 wird alles anders, alles besser, sage ich mir, okay, 2024 wird alles anders, alles besser, aber ich fange heute schon damit an. Und das hat ganz viel mit Empathie zu tun. Und zwar mit Empathie mit dem eigenen Zukunfts-Ich. Empathie ist ja, dass wir aus unserer eigenen Perspektive heraustreten und die Sichtweise von einer anderen Person einnehmen. Und Selbstdisziplin ist eigentlich genau dasselbe. Nur, dass wir nicht in die Schuhe eines anderen Menschen schlüpfen, sondern in die Schuhe unseres eigenen zukünftigen Ichs. Und auf dieser Grundlage entscheiden wir dann, was für unser Zukunfts-Ich wohl das Beste wäre. Das heißt, Selbstdisziplin ist nichts anderes als, dass sich unser gegenwärtiges Ich dafür einsetzt, dem eigenen Zukunfts-Ich zu helfen. Und wie cool ist das bitte für unser Zukunfts-Ich in ein paar Wochen, wenn es sich nicht erst aufbauen muss, am 1. Januar oder am 10. Sondern einfach nur weitermachen muss, weil wir schon angefangen haben und vielleicht da auch motiviert bleibt und im Fluss bleibt, weil es schon erste Fortschritte sieht nach den ersten Tagen oder Wochen, weil wir eben schon eher angefangen haben. Das ist wie mit dieser Rakete, die 90% Treibstoff zum Abheben braucht. Wir alle sind Raketen, was das angeht. Also wenn du an deinen 2024 denkst, was würde das zu einem richtig, richtig tollen Jahr machen? Und wenn dir ganz viele Dinge einfallen, welche eine Sache kommt dir gerade besonders wichtig vor, mit der du jetzt schon anfangen könntest? Es ist ja so, dieses Blabla vom, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vor allem beginnt die längste Reise aber an irgendeinem Heute. Also warum nicht an diesem Heute, am Heute-Heute, jedenfalls aber vor 2024. Es macht keinen Sinn, darauf zu warten. Im Gegenteil, das ist unempathisch unserem Zukunfts-Ich gegenüber. Und unrealistisch. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, was du 2024 vorhast. Schreib mir gerne eine Nachricht an tim.mymonk.de oder bei Instagram. Einfach mal nach MyMonk suchen. Und wenn du 2024 durchstarten willst mit einem Business, was es schon gibt, in der Realität oder vielleicht auch nur in deinem Traum, dann könnte das MyMonk Mentoring was für dich sein, wo wir eins zu eins an einer klaren Vision arbeiten, falls es die noch nicht gibt. Und eine Strategie ausarbeiten, die wirklich zu dir passt. Keine Standardsachen, sondern was wirklich, wirklich zu dir passt und was dir leicht fällt umzusetzen. Mit ganz klaren Schritten. Und dann schauen wir zusammen, dass du die Schritte tatsächlich auch gehst. Alle Infos dazu auf mymonk.de slash mentoring. Hab einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald vielleicht.